So, ähm, Päuschen ist vorbei. Ähm, wir müssen auch welche bekämpfen. Okay, die stehen hier und jubeln mir zu. Oh, yay, yay. Ah, ich weiß, ich bin der Beste. Was zum Geier. Das will ich... Ich will mir den wirklichen Kuss angucken. So, äh, jetzt ist er weg. Oh, ähm. Ähm. Ähm, okay. Äh, ich muss noch, äh, ich muss auch noch Zwiebel kämpfen. Rehwands Erbe, okay. Ähm. Mann. War wieder klar. Äh. Äh, ne, gegen die nicht. Waren hier hinten noch welche dabei? Ist eigentlich scheißegal, ich gehe über die Schnellreise wieder zur nächsten, ne? Aber... Irgendwie respawne ich ja auch ewig nicht. Kann das sein? War das das... ...Story angehauchte Quest? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, der mit dem Stern ist wieder einer, den ich umnieten muss. Ja, ja, jedoch so. Oh. 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 Ah. Ahh. Okay, die mit den Sternen waren es dann auch nicht. So, was wolltest du? Ich habe nur gefragt, ob du auf einer Stadt bist. Sieht mir nicht fett so aus. Okay. Okay, okay, okay. Hm. Immer noch 8 von 10. Sicherheit, Kammer, Sicherheit, Verbrecher, Verbrecher. Ich verstehe die Quest einfach nicht. Was da hinten ist, wieder einer. Hä? Was da hinten ist? Was da hinten ist? Was da hinten ist? Stift des Hacker-Experten. Okay. Bestimmt wieder ein Geschenk. Wow. Das war jetzt ein Gladiator. Wo haben wir denn noch einen? Da nicht. Kampfbästchen ältest dann ein. Berüchtigter Verbrecher und irgendwas Dünnes. Da ist noch ein Gladiator. Oh wow, du machst das noch gar nicht ins Kira. Oh du bist die Socke. Versiege den Arena Champion. Wo ist der denn jetzt? Ach toll, jetzt muss ich noch da runter. Boah, genau jetzt. Bumm, müssen alle nachs Worten. Alter, was? Krass. Der hat einen Tupstrahl abgelassen. Mäh. Komme ich an den Rand ohne die anderen zu alarmieren? Ha, das klappt sogar. Ach. 스� countdown. Oh nein. Oh nein. Anh. Aber das ist wieder. Der hat eine Rundfrau ist. Kohle. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Oh nein. 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 Was ist das? Ich krieg, las, end. Ihr habt Cutter aus dem Verkehr gezogen, das ist das Wichtigste. Ich wünschte nur, das würde auch für die Separatisten gelten. Der Loot hätte ein bisschen besser sein können, muss ich ehrlich sein. Okay, erbeute den Zugangsschlüssel eines Söldner Vertreters. Das besiege den Mogukai-Häumtling. Alter, was für ein Arm. Da treibt es mir die Tränen in die Augen. Wo bin ich? Dort. Warte. Das heißt, ich bin jetzt da und... Oh, hier müssen wir dann noch einen Dataclon-Ausschau halten. Oh yeah! Äh... Nee. Hi, ich bin Aik, ich werde dich bekämpfen. Ach du Heimatland, ich bin halt immer so viel höher als die anderen. Hilfe! Eins von 25, yey! Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Was so ewig dauert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, Kira, es tut mir leid. Schaden. Was werde ich jetzt dafür ausnutzen. Was werde ich jetzt dafür ausnutzen? Was ist das? Kira, hilf mir! Kira! Kira, ich bin gar tot. Hilfe! 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 Ah, sie hat ihn erledigt. Alter, ich habe mit 5 AP überlebt! Hilfe! Scheiße! Keine Sorge! Oh, die sind hier stark! Fuck ey! Wo kommt der her? Wo kommt der her? Oh, scheiße! Ich weiß, warum ich kein Damage schwer mache! Ich weiß, warum ich kein Damage schwer mache! Ähm... Scheiße! Kann ich hier eigentlich ganz normal losgehen? Oh, da gibt es sowas wie Reparatur-Kits? Was ist das? Oh... Scheiße! Wo mache ich denn jetzt so? Ich habe keine Waffe mehr! Scheiße! Ich brauche einen ganz normalen Händler. Mehr nicht! Oh, es bleibt grün! Sehr schön! Gibt es hier einen Dardag schon oder sowas? Das kann ich tatsächlich jetzt noch holen! Was ist denn das da hinten? Ein Sanitäts-Truide! Ich kann mein Schwert reparieren! Ja! Und ich ohne zu kämpfen da hinkomme! Scheiße! Scheiße! Natürlich nicht, weil da Droiden stehen! Scheiße! Nein! Ich will! Nein! Mann, ich kann nicht kämpfen! Hört doch mal auf! Ich will! Ich will! Ich will! Boah! Eintöniger Kampf, würde ich mal sagen! Boah! Ich schaffe es nicht! Boah! Kira, stay down! Schön! Fuck! Fuck! Okay, wir gehen einfach hoch und gut, ey! Wie kann ich denn? Also... Mama! Ja, greift mich halt einfach mal an. Scheiße. Oh man, oh man, oh man. Oh, da. Äh, Reparatur, alles. Ähm, hallo? Ihr seid einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Kosten zurück. Ah, sehr gut. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Kosten zurück. Soll ich den ganzen Weg zurück? Jippie. Post zugeschickt. Ah. Da oben. Ich höre das ganz genau. Scheiße, wie komme ich da hoch? Das ist jetzt, wenn ich in die Richtung gucke... ...da oben. Okay. Ähm, das wäre hier. Ich bin da eigentlich gerade gekommen. Äh, 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 äh. Ne, von da bin ich nicht gekommen. Ich bin von da unten gekommen. Genau. Okay, hier lang. Äh. Äh, das wäre... Moment, hä. Ne. Ne. Das müsste ja dann normalerweise hier rein sein. Falsche Richtung. Ich habe da hingeguckt. Hä? Aber... Ah! Eeeepa, eepa, 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 huiii, nein, oh, die habe ich nicht gesehen. Ich muss das zu Fuß machen. Geh hoch da, geh hoch da, geh hoch. Geh hoch. Huiiiih. Huiiiih. Ha! Oh, wo steht das denn? Lol. Slot-Dekorierer erforderlich. Was? Was? Ähm. Äh. Was ist ein Slot-Dekorierer? Wartungsüberbrückung. Ah! Hä? Ich verstehe das nicht. Wie komme ich an den Starter-Kron? Hä? Hä? Du weißt nicht zufällig, was ein Slot-Dekorierer ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Heißt das Dekorierer oder Dekodierer? Slot-Dekodierer gibt auf jeden Fall Sinn. Nee, Dekodierer. Das ist doch... Wartung... Damit dekodiert man da, äh, da... Wartungsüberbrückung, wenn man es so nennt. Aber die drei Dinger hier drinne funktionieren nicht. Hä? Ähm. Ja. Ist hier noch irgendwo was rum? Nö. Hä? Wie soll man an den Starter-Kron kommen? Hä? Da oben liegt nichts drauf. Da oben liegt nichts drauf. Hier liegt nichts. Da liegt nichts. Hä? Das ist das einzige Kot-Ding, was hier liegt. Hä? Hä? Wer wusste denn das? Wusste ich doch da unten. Also auf jeden Fall, dass das das zweite, da ist dann das dritte, vierte und dort das fünfte irgendwo. So könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Aber... Hä? 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 Ich bin hier grad ein bisschen überfragt. Hä? 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 Du Heimatrat? To... Äh... Tod. So schnell stirbt niemand. Da liegt so ein Ding mit Codes, aber egal was ich anklicke, nichts funktioniert. Ganz seltsam. Kann ich mal kurz in deinen Stream schauen? Ich bin da schon wieder weg. Achso. Ich mach das später irgendwann. Vielleicht find ich ja hier irgendwo nochmal was. Ich will erstmal zur Quest zurück, wo ich äh abhauen musste. Weil mein Lichtschwert kaputt war. Das ist mir auch noch nie passiert. Auf Sysseiten ist mir das auch schon passiert, dass ich mit einem kaputten Lichtschwert gekämpft hab. Deswegen hab ich so gut wie kein Damage mehr gemacht. Uah, hier kommen die... Uah... 90%... Uah... Lass mich in Ruhe. Kira, kämpf. Ich rede echt. Ja, vor allem direkt beim Eingang von der Quest gibt's halt einen ähm... republikanischen Dingsbums-Droine. Der wird von Feinden bewacht. Wenn du zu dem willst, musst du erstmal kämpfen. Ja, nicht ohne Lichtschwert. Schöne... Schöne Voraussetzung, ne? Hi, Kira! So, weiter geht's bei der Quest. Jo, hier brennt noch alles schön. Nein. Danke, vierys Blizzard. Ihh, bitte, bitte, bitte! nyi mi. Hört doch mal auf so viel auszuhalten! Säbt mich und feigt um für Angst! Das würde mir super helfen! Meister hier oder nein Meister Ottek? Hört mich! Hier kommt doch Vierter dazu Oh ja, komm Alter, ich bin Vierter, jetzt heim ich doch mal Was machst du denn für eine Schoten, ne? Alter, die baut es mich hier runter und die, Alter, heilt mich einfach nicht So schnell stirbt niemand Hm, geil Aber kann man lütsen Aber kann man lütsen Oh ja, 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 ja Oh! Kaputt! 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 Scheiße! Ich rate nur drin, dass wir sowas zum kaputt machen, sag ich ja! Wow! Oh Mann ey! Wie hat er nicht so wie? Ja, 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 ja! Keine Sorge, ist gut Kira, du machst den Scheißdreck, du stehst noch Pfeilen drin, aber du weißt nicht. Alles gut, ich nehme nichts für dich, du hast die Niveau. Fuck. Alter, die Quest, ey. Tja, ich habe einen Geschenk für dich, dass du mich mehr heilst, hier großer Einfluss. Das nenne ich mal ein Geschenk. Hier großer Einfluss. Danke. Jetzt heizt es mich gefälligst so wieder. Oh, das ist dieser Zwill mit solchen fetten Schwertern. Lass mich doch in Ruhe. Wenn er jetzt bauten steht, ist er gleich drunter. Ich glaube, dass er mit seiner gekämpft hat. Das dauert noch. Das steht dann schwer in der nächsten Format. Ich bin gleich dauernd. Es geht einfach gar nicht mit der Kirakani hier. Kira, es reicht. Ich stelle dich gleich ins Tekt ein. Ich stelle dich gleich ins Tekt ein. Alter. So, jetzt schnell, bevor ich in den nächsten Kampf gehe. Ähm, wo hast du die Flocken-Bission gestartet? Ich war jetzt bei Yoda-Verschnitt, aber jetzt zeigt er mir questmäßig ganz was absurdes an und zwar gar nichts. Obwohl ich die alle anhabe. Ähm, ich bin mit der, mit irgendeinem Fahrstuhl zu einem Hangar gefahren. Ach, da musst du gerade, ähm, der gefangene Jedi, kann das sein? Jupp. Dann musste ich ja einmal die, äh, Station wechseln. Mit dem Typsirin, aber, was dann? Dann sagt er mir, oben, Aufgabe, schließe den Flashpoint ab, aber ich weiß nicht, bevor ich den beginne, weil ich keinen Marker, kein gar nichts habe. Äh, schließe Flashpoint Taral 5 ab? Ja. Du musst zu den Planeten fliegen. Ich hab die erstmal, äh, nicht weitergemacht. Ja, aber du hattest ihn ja schon mal begonnen. Ja, aber ich hebe mir das auf, wenn ich ein bisschen stärker bin vom Level her. Welchen Flashpoint war's denn, den du gemacht hattest? Das war auch der, aber das war dann noch, ähm, ein gelber Abteil mit dabei. Also eine gelbe Quest. Ja, genau. Die hab ich auch, aber, die ist auch aktiviert, aber das zeigt mir trotzdem nichts an. Äh, da fliegst du auf irgendein Raumschiff? Ja, auf irgendein Raumschiff fliegst du da. Wegen der gelben Quest. Die Pinkel-Quest, die hab ich erstmal abgebrochen. Also, ja, ich hab sie noch, ich mach sie nur nicht weiter. Weil erstens, ich muss die von vorne anfangen, weil ich mich schwer mit dem ausgelockt hab. Das war eine Überzeugung. Also, ja, ich muss mich einfach hier hinführen. Ich fühle mich an, das ist die Begegnung. Ich habe mich auch hier hinfangt. Das war's für heute. Alter! Ja, pass mal. Boah, ich mach noch mal 5 so ne Typsies umgeht, ne? Da hinten ist noch was, da ist noch was. 3... Bin ich bei 14 Da sind noch welche, okay! Da sind wieder 2... Boah, nö! Ja, das war's für mich. Ja, das war's für mich. Okay, ich habe beschlossen, ich mag die Kira nicht mehr. Ne. Oder was? Interessiert mich schon null. Wie viel macht denn dein Lichtschwert Damage? 53 bis 80. Äh, tschüss Kira. Alter Zockadon. Komm, beweg dich, du kämpfst mit mir. Du machst nämlich weitaus mehr Damage. 112 bis 169, genau. Ähm, die Kira schicke ich jetzt arbeiten, hat's Pech. Äh, ich wurde auf Rüstung raus. Und nicht ordentlich kämpft. Let's be fett. Äh, Krieger, Kulten-Tourist, äh, Servus, äh, Madness-Copper, äh, Copter. Äh, Stats von Rüstung gibt, äh, Gefährten keine Stats. Ja, aber ich denke mal, der Damage von den Waffen, der macht da was aus. Aber es ist für mich einfach nur, dass die mich ordentlich heilt. Und das macht der Alter einfach nicht. Hier, der heilt mich zum Beispiel viel besser als Kira. Oh, wie mag ich dir sein Geschnatter. Ja, was will ich denn bei der Quest mit einem Tank? Wenn ich zwei, äh, so eine Gypsies hier hab mit solchen fetten Schwernern, dann bin ich bei Zeiten down. So, 15 von 15, jetzt muss ich noch eben wegballern. Mal an die, äh... Ja, ja, Mama Sork! Musik Haben sie Basically Ihr Oh, wie kommt das? Morst schon mit Cardrosionng Die Gerättermkel Die Gerättermkel R 잠st so Nummer Monat wow So, 25 von 25. Genau, die Aufgabe passt. So, und jetzt will ich da rein, ohne die anderen zu alarmieren. Apropos, da du gerade da bist. Und zwar, hier unten ist ein Datacron versteckt. Und ich brauche irgendeinen Teil dafür, um das zu öffnen. Kannst du mir da helfen? So, ne? Mist. Äh, äh. Natürlich kommen dann die noch dazu. Leck die Luzi am dicken Zeh. Okay, ich glaube, Mick, hakt's. Gut, ich jetzt. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Wir sind einsatzbereit. Gehen Sie auf Ihre Kosten zurück. Das war's nicht. Da muss ich hin, genau. Hier oben ist das Datacron. Und da weiß ich einfach nicht, was ich dazu brauche, weil das hinter so einem komischen Dings verschlossen ist. Ich bin gerade nicht sicher, aber was? Moment, ich kann ja mal hingehen. Hab ja gerade eh nichts zu tun. Äh, fahr ich jetzt richtig? Ja. Nein, falsch. Nein, falsch. Mäh. Nein, das muss nur work. Hier muss ich schlank Fahre mal dein Gerät ein Hat keiner gesehen Nein, nein, nein! Mann! Leck mich doch ab Ne, ich muss mal kurz kämpfen So Fahr das Ding ein Naja, ich fahr nicht mal in der Nähe So Das Ding und da steht es Lot dekorierer erforderlich Dekodierer Und wenn ich hier unten auf diesen Erwartungsüberbrückungen Vorne habe ich draufgeklickt Da standen drei Felder mit Codes Und nichts ist passiert Das Ding ist Das Ding ist Das Ding ist Ich weiß es einfach nicht Das kann doch nicht angehen Das Ding ist 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 So, wenn ich hier auf dieses Ding klicke, habe ich hier so eine Sachen und passiert aber nichts, wenn ich die anklicke. Ich weiß ja nicht, ob hier oben irgendetwas versteckt ist, ne, ich weiß einfach nicht, was ich hier brauche. Und sonst kann ich hier oben halt ohne nichts anklicken. Hast du immer noch bei der Quest-Tankung? Ich finde nicht, wo ich hin muss. Weder das Malstrom-Gefängnis noch Taral 5. Zu Taral 5 musst du hinfliegen, wie oft noch? Ja, das ist aber kein Planet auf der Karte, wo ich einfach mal hinfliegen kann. Wenn du denkst. Sag's doch einfach, wenn du schon so ehemisch hast. Also, wenn du denkst, dann bitte. Dann guckst du dir die Map mal nicht richtig an. Ich hab sie mir richtig angeschaut und das steht bei mir echt nicht. Gibt's kein Taral 5 als Planeten. Dann wird das wohl so sein. Dann wird das wohl so sein. Dann wird das wohl so sein. Okay, Samuel. Dann wird das ja. Dann werden sie feststellen. Dann wird sie gerät. Da geht es nicht. Dann wird das ja. Passiert nichts. Wo finde ich denn das scheiß gekaberte Schiff? Aber der Imperiale Fähre. Mega-Statik. Naja, ich weiss ja was es ist. Vielleicht find ich hier auch irgendwann nochmal was. Oder ich werd dann mal Google fragen. Da werd ich jetzt hier ne kurze 5 Minuten Pause einlegen. Und... Setz dich hin du Dolly. Und bin gleich wieder da. Ja. 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 Ja.